hallo und herzlich willkommen bei ubi testet schön dass ihr rein geklickt habt zu einem neuen video hier bei mir auf dem kanal heute mit und für euch vor der kamera der skoda octavia scout in der zweiten produktgeneration mittlerweile 2007 erstmalig kam er auf den markt fand guten absatz scout steht übrigens bei skoda als ausstattungslinie für offroad orientierte modelle wir haben ein um 15 mm höher gelegtes fahrwerk unter der haube hier in unserem falle werkelt die spitzenmotorisierung ein 200 ps starker turbodiesel es gibt aber den scout mittlerweile auch als frontantrieb und als benziner variante heute nehme ich euch mit auf die verbrauchsrunde im skoda octavia scout wir wollen wissen auf unserer stets immer gleichen verbrauchsrunde die über 110 km weit ist 50 prozent landstraße beinhaltet 40 prozent autobahn bei v max 140 wenn möglich und zehn prozent stadtverkehr dabei wollen wir herausfinden wie effizient arbeitet der turbodiesel hier unter der haube was kostet der skoda octavia und natürlich welche platzverhältnisse bietet er uns was geht rein wie schaut er aus wie fährt er sich all das erfahrt ihr heute hier im video wenn ihr dran bleibt solltet ihr den kanal noch nicht abonniert haben dann würde ich mich freuen wenn ihr dieses jetzt tut um meine arbeit zu honorieren dem ganzen ein like gibt für den algorithmus und am ende noch einen kommentar schreibt damit wir am ende über den skoda octavia scout diskutieren können der skoda octavia scout ist optisch schon von seinen brüdern deutlich zu unterscheiden natürlich durch die kunststoff anbauteile die hier unlackiert sind besonders um die rathäuser und den schweller an der seite die front und heckschürze bekommen einen angedeuteten silberfarbenen unterfahrschutz verbaut und so ist der offroad style dann auf alle fälle schon einmal gegeben dann kommt natürlich noch die fahrwerkshöherlegung um 15 mm die sind aber jetzt für fahrdynamische sachen eher unrelevant oder für ein etwas erhöhtes einsteigen meiner meinung nach auch nicht sonderlich ausgeprägt aber natürlich 15 mm mehr bodenfreiheit gerade wenn man das fahrzeug mal abseits befestigte wege nutzen muss können auf alle fälle dann schon einmal hilfreich sein 4 meter 70 ist der kombi lang 1 meter 83 bereit ohne außenspiegel und 1 meter 49 hoch das ist sogar relativ flach für einen kombi 18 zoll leichtmetallräder sind serienmäßig ebenso wie matrix led scheinwerfer also ein variables led licht das den gegenverkehr auch aussparen kann und was auch eine hervorragende lichtausbeute bietet optisch hat man das ganze natürlich die scheinwerfer noch ein bisschen aufgewertet durch das crystal lightning also kristall optik das dann wieder die homage zur traditionellen tschechischen glasmanufaktur die ja schon auch seit jahren bei skoda gepflegt wird der kofferraum ist sehr variabel 640 liter standard laderaumvolumen durch diverse simply clever lösungen kann man den laderaum wunderbar unterteilen aufteilen und ladung sichern sowohl mit netzen als auch mit trennstangen die lade das laderaum rollo verschwindet im doppelten laderaum boden wenn man es nicht braucht die rücksitz lehnen sind dann im verhältnis ein drittel zu zwei drittel feder vorgespannt durch eine fernentriegelung umlegbar leider ergibt sich keine ebene laderaum fläche sondern eine leicht nach vorne ansteigende laderaum boden maximal sind dann 1700 liter stauraum volumen nutzbar es gibt auch ein trennnetz so dass ihr dann auch bis dachhöhe bauen könnt auf der rücksitzbank sitzt es sich unheimlich bequem tolle bank sehr gute sitzposition genügend kopffreiheit und kniefreiheit mit meiner größe von 178 zudem auch hier wieder simply clever lösungen wie etwa das schlafpaket mit den ausklappbaren hörnchen hier an den kopfstützen die sorgen dann dafür dass man auch mal kurz ein nickerchen machen kann das ganze wird dann natürlich unterstützt durch etwas verdunkelte scheiben im fond das sogenannte sunset und auch mit optional erhältlichen sonnenschutzholos zudem für die kids gibt es die möglichkeit hier auch variable tablet oder smartphone halter zu nutzen sowohl hinter den kopfstützen oder an den kopfstützen der vordersitze positionierbar als auch an der mittelarmlehne die man dann ausklappen kann zudem für die stromversorgung gibt es dann zwei usbc anschlüsse und eine 230 volt steckdose optional zudem für klimatisierung und einen kühlen kopf im fond besteht eine drei zonen klima automatik hier kann man dann die temperatur entsprechend einstellen lüftungsausströmer gibt es auch und für kalte tage gibt es sogar noch eine sitzheizung für die außen positionen auf denen dann auch isofix haken untergebracht sind man sollte hier aber prüfen ob man den kindersitz auch wirklich mit dieser kappe die ein bisschen im weg steht auch optimal einbauen kann vorne sitzt es sich sehr entspannt auf ergonomisch ausgeformten sitzen die optional erhältlich sind diese sind elektrisch einstellbar bieten auch eine ausziehbare schenkelauflage die sollte man sich in meinen augen auch wirklich gönnen gerade wenn man viel auf langstrecken unterwegs ist es gibt auch eine massage funktion kopf und kniefreiheit gibt es mehr als genügend sowie auch ein weit verstellbares lenkrad in höhe und tiefe der innenraum hier im skoda octavia ist toll verarbeitet die materialien gefallen mir sehr gut ja es gibt hier und da noch harten kunststoff in der türverkleidung der aber nicht knistert oder knarzt also auch von dem her ist das erträglich da wo man am meisten hinschaut gerade richtung armaturenträger ist alles sauber verarbeitet aufgeschäumte materialien auf dem armaturenträger dann haben wir hier mikrofaserbespannung statt irgendwelcher lackierten zierleisten darunter gibt es noch eine holzleiste die ich jetzt nicht sonderlich schön finde die wirkt eher etwas billig in meinen augen leider kann man die nicht wirklich abwählen dann gibt es hier den serienmäßigen 10 zoll freistehenden bildschirm mit touch und gesten funktion den kennt man ja auch schon so aus diversen anderen volkswagen konzern modellen wie dem golf oder aber dem leon leider auch hier wieder mit touchbar versehen die nicht beleuchtet ist die bedienung an sich ansonsten funktioniert gut leider auch hier immer wieder etwas verzögertes ansprechverhalten oder aber ein verzögertes starten nachdem man den motor angemacht hat bis das system dann läuft das braucht hin und wieder einfach mal zeit und ja es gibt immer noch immer wieder irgendwelche fehlermeldungen die aufploppen aber dann auch mal wieder weg sind auch hier sollte es guter dann durchaus noch mal war darauf warten dass endlich mal frischere software updates kommen ich hoffe dass sich dies dann auch mal bald legt das voll digitale kombi instrument ist individuell einstellbar hat bestimmte vorkonfigurierte anzeigen wunderbar ablesbar meinen augen ist die bedienung lediglich über den drehtrücksteller den wenn hier am lenkrad an dem zwei speichen lenkrad nämlich hat sehr kompliziert vielleicht dass man da dann noch ein bisschen fummeliger und das könnte auch ein bisschen ablenken vom verkehrsgeschehen dafür gibt es ein head-up display was wirklich toll aufgelöst ist und auch viele informationen eben in die windschutzscheibe projiziert also das ist auf alle fälle nochmal ein tipp wert gerade komfortables reisen macht mit dem octavia richtig spaß denn gerade wenn man dann auch die adaptiven dämpfer sich ordert also das dynamic chassis control cdcc mit wirklich einstellbaren dämpfern und fahrwerks charakter fahrzeug charakteristik da kann man dann schon den wagen entweder sehr individuell richtung sport auslegen mit straffer feder abstimmung etwas härterer lenkung oder auch man geht in den komplett andere richtung feines ansprechverhalten feines anfedern mit leichten nachschwingen bei unebenheiten das macht der octavia sehr sehr gut das gefällt mir unheimlich wenn man dann auch auf langstrecken eben sehr entspannt dann auch reisen kann dazu gehören natürlich auch alle assistenzsysteme allen voran der travel assist der eben alle assistenzsysteme ineinander vereint und sich auch zusätzlich noch weitere daten aus dem navigationssystem zieht für topographie unter anderem so kann er dann auch perfekte war tipps für ein ökonomisches fahren geben oder aber wenn er denn aktiv ist dann macht er das von sich aus dass er schon vorzeitig etwas das gas rausnimmt und dann eben das tempo limit entsprechend anpasst die spur wird aktiv gehalten der abstand wird adaptiv geregelt also auch hier teil autonomes fahren auf der autobahn auf langen strecken unheimlich gut möglich die funktionieren auch sehr zuverlässig soweit die assistenzsysteme bei mir hier im testwagen so dass man dann auch wirklich lange strecken sehr gerne mit diesem wagen absolviert der motor ist natürlich auch ein punkt unter der haube hier der 2 liter diesel der mit seinen 400 newton meter wirklich schön ein starkes drehmoment plateau aufbaut und bereits knapp unter 2000 sehr schön anzieht bis fast 4000 umdrehungen und das macht schon richtig viel spaß auch das direkt schaltgetriebe arbeitet sehr komfortabel weich und auch zügig so dass diese und die spreizung der gänge ist auch optimal gewählt so dass der motor immer stets in diesem drehmoment berg drinnen bleibt nach einem schaltvorgang also da macht das ganze dann schon richtig laune beim verbrauch werden wir ja gleich sehen wo wir dann am ende rausgekommen sind 200 ps leistet der diesel 400 newtonmeter maximales drehmoment 6,8 sekunden von 0 auf 100 und 230 stundenkilometer ist der top speed und auf der autobahn dank akustik verglasung die hier übrigens auch drinnen ist ist natürlich das innenraum geräusch niveau sehr sehr angenehm und sehr niedrig sowohl abroll als auch windgeräusche bleiben vorwiegend eben draußen der skoda octavia scout ist ein echter allrounder das haben wir jetzt auf alle fälle herausgefunden und das war er ja vorher schon jetzt bietet er einfach noch mal mehr platz noch mal mehr komfort und mit dem 200 ps diesel auch noch mal ein richtig schönes triebwerk unter der haube was einen guten punch hat aber wichtig ist da natürlich das thema verbrauch mit 5,1 litern ist er angegeben der bordcomputer sagte 5,4 liter und am ende waren es 5,5 liter laut tankung mit dem 56,5 liter fassenden kraftstoff tank haben wir dann also einen über 1100 kilometer großen aktionsradius das finde ich schon richtig richtig schön und natürlich bietet er eben auch viel platz für die familie einen hohen reise komfort auch auf langstrecken also da solltet ihr zum beispiel wie gesagt unter anderem deinem chassis control und adaptive led scheinwerfer nehmen so wie er da steht kostet 56.000 euro das ist schon richtig richtig viel geld ab 41.200 euro geht es dann los für den 200 ps diesel wollt ihr den 150 ps benziner mit handschalter als scout dann steht es bei 32.000 810 euro geht dann los da könnt ihr natürlich auch noch alles an ausstattungen hinein konfigurieren schade ist dass es jetzt nur noch kombinierbare pakete gibt da würde ich mir durchaus etwas mehr flexibilität wünschen das gab es auch schon mal aber gut jetzt seid ihr dran schreibt mir mal unten in die kommentare was ihr zum octavia scout sagt wie findet ihr den scout gegenüber den anderen modellen für welchen würdet ihr euch entscheiden wenn euch das ganze gefallen hat vergesst den daumen nach oben nicht abonniert den kanal und jetzt lasst mir einen kommentar und da lasst uns diskutieren über den skoda octavia scout ich sage vielen dank fürs reinklicken wünsche euch noch einen wunderschönen tag tschüss und servus euer ubi